Jaja da kommen sie rauf. Hoppa. Geht schon. Und check. Ja da sind ein bisschen die Breineiseln. Was soll ich machen. Aber da ist es besser als wie unten oben. Hopp. Ich bin da. Da ist ein Fuchsbau. Da ist ein Fuchsbau. Der ist sogar befahren. Wie man sagt. Na Mara. Kannst du dich noch erinnern. Da waren wir schon vorige Woche. Cool. Schaut wie cool. Ja. Da muss ich dann ein bisschen links rauf halten. Schau wo die wenigsten Breineiseln sind. Da oben. Da oben und dann da oben. Das ist ein Füter. Genau. Füter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.